Hallo, hier ist User Paul mit dem Tipp, die Ansicht der offenen Applikationen öffnen bei Firefox OS. Um die Ansicht der offenen Applikationen bei Firefox OS zu öffnen, klickt man einfach etwas länger als normal auf den Home-Button hier unten. So gibt es jetzt eine Ansicht, wo man sich die offenen Applikationen anschauen kann und man kann auch zwischen ihnen wechseln. Zum Beispiel die Uhr, der Kalender und Musik sind schon offen und man kann die Applikationen natürlich auch schließen. Das war User Paul von OpenScreenCast. Ciao und viel Glück! Untertitelung des ZDF für funk, 2017